doch doch nein was nicht gehen gehört ja wir werden ja schon wieder lang ja übertreiben ja gut das wissen wir sowieso passiert das nicht mit Minecraft dann übertreiben wir einfach zu viel obwohl hier ist ja irgendwann ein Ende müssen wir dazu sagen oooohh Grachirrl hat da den Rüssel ins Wasser gehalten oh ja die Rüssel ins Wasser gehalten so jetzt erst warten wenn das Ding drin ist wow ich glaube du kannst das besser als ich mit dem Controller meinste ey oder so ja irgendwie ging das schon mal ein Trick hat die gerade keine Hose an gehabt geht nie eine Hose an ach fuck da war ja was oh ich verkehr das immer gerne mal ja das das war die miese Sache grad rupt gut vom uppsläum ups genau zusammensitorial kommt dann nochmal umser zu erst mal unglaublich umg mit bei dir müsste es keine ahnung er sein oder so eigentlich einfach loslassen ja ja einfach loslassen darfst du nicht bei rennen und drücke ich endlich mal falsch fester zu ziehen sind nur y mag allgemein den elefanten ist jetzt siehst du das da kann es rein springen elefant ist jetzt nicht das beste finde ich ja aber siehst du ich komme eigentlich relativ gut klar mit dem verlust lassen auch ja noch das verschwindet deswegen tue ich auch für dich extra sogar speichern fester feuerwerk ja das ist ja nur andere die alten also der pc mein alter pc bei meinem bruder läuft jetzt hatte zuerst probleme mit der grafik hatte ich habe doch probleme gehabt in den unteren slot ja und da funktionierte das halt auch nicht das war dann kommen jetzt zwei jetzt kommen die dafür kann er naja er meint unity zieht trotzdem noch ganz schön bei ihnen aber dafür kann er da hängen leid jetzt an dich zocken oh mein god und das ist komplett flüssig das ist eine gtx 580 das ist auch nicht die beste ne nö sag ich ja das ist ja echt alt weil mein anderer bruder lief die ja nicht warum auch immer kann er noch slots probleme gemacht oder nicht erkannt ja der hat ja auch nicht erkannt war ja das problem schieß ihn ab spritz ihn an spritz mich schau'n kannst da reinspringen da ist nix mach ich aber so ich vertraue dir nicht da ist was zu tun aber da spring ich rein ist klar ha guck mal getroffen hast du gesehen spritz äh da ist auch nix ne warte da vorne kannst du dir das bonus guck mal wie sozial ich bin zu dir ah sozial warum mach ich das eigentlich keine ahnung weil du behindert bist glaub ich ne nein ich möchte dass du auch mal ein bisschen weit kommst Mann ging das schnell ja gut drei fässer achja du bist so dumm flash ja ich hab kein wasser mehr brauchst du nicht was warum weil du mit einem kleinen täpschen deines füschens drin warst äh der kleine zeh hat das wasser gerührt und der regner gemacht ja guck mich auch ach ach konnte ich dir nicht damit ich konnte dir nach damit töten ah seien sie an dem Problem an dem Donkey Kong ist er kann nicht weit springen ab zwei warte war ja nicht auch direkt drüber Ach du Scheiße. Verzock. Ach ja. Wow, ein Speicherbomb gekriegt. Da bin ich auch schon froh drüber. Dass ich den bekommen habe. Die kommen gehen. Tja. 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 Ach. Was du, wo ging's hin? So, Binks. Ich dachte, das Vieh stirbt wieder bei dir. Was schlecht wie du bist. Ich schiebe sowieso gleich hier. Din. Dele. Dele. Dele Del-Am DeleM Delem Dele Dâm Dele Delem DeleM komm ich mach das komm ich mach das ich sass mich jetzt vorhin ich mag das ist das eigentlich? warte mal warte komm mach das komm schon komm schon mach es oh du bist so wehen alter spasti ich mag das du kannst auch ein bisschen behindern auch meine freude lassen oh guck mal der hat das geschafft oh ja hab ich behindert ist der denn ach komm scheiß auf dem bonuslevel ganz ehrlich ich spiel nicht so'n bonus na guck mal jetzt sieht man wie gierig der ist und das spiel durchhandelt ne doch warte mal wie war das denn nochmal ne warte mal da war da Ende wie ging das denn hier nochmal äh genau da war nämlich kein Ende ah ja genau ja du musst das langsam räumen lassen nach oben werfen musst du es dann irgendwie wäre ich weiß es nicht mehr auf jeden fall nach da oben ist immer clever es muss so schnell sein ja wenn man nicht nach unten drückt ne ja ja den kann ich mir auf jeden fall holen den kann ich mir können ok so kann ich mir nicht gönnen echt jetzt komm 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 bewegung wey ja applaus applaus ich bin der geile man ne ach ne ja das ging ja auch stimmt ja das hab ich gar nicht gesehen ja das hast du schon gesehen aber ich wusste nicht dass es dafür war ja ja immerhin immerhin gesufft wir haben gleich schon wieder eine halbe stunde ja joa ist doch sexy hast du schon mal geguckt aber ja ja ich guck gerade also ist noch anfangen ist noch da ähm schau mal ob das selber da ist wieder ich hab schon wieder ein Leben dazu bekommen cheater war das knapp hey du dumme Biene stirbt ne es zeigt auf jeden fall noch 2 von 30 an also hat ja immer noch Marken äh warum läuft der denn runter wenn ich nach unten drück einfach nur ja das ist halt der Controller achte darauf auf das Bonus 2 habe ich keinen Bock weil ich das schon geschafft habe wenigsten speichert der das hab das muss hier noch eins und sehen da geh ich so weine neul tagen ist ja geil ich weiß dass man das machen kann aber ist auch ja klar ist aber auch nett ist also sowas nettes gemacht aber ich hab dir das schon erzählt aber das hast du wieder verpeilt ja klar so mich kennt man ja dafür ist ja nichts neues neustadt jeden tag um fünf uhr er schafft das ernst so schnell macht er es einfach mal erst mal weint die da und das ist ja ding oder ach so die zockt gott weiß cranky nix von dieser neuen konsole nintendo 64 er war ja schon bekannt dass sie dann draußen ich glaube auch schon dann draußen ne war noch nicht draußen zu der zeit danke kann country 3 98 ja doch steht ja mal im titelbildschirm naja stamm ist ja recht ich will doch nur der lieblings fisch der ganzen menschheit ist da das mag ich also ich mag auch nach das andere nein deswegen habe ich nicht gesagt warum nicht ist die haben die nintendo 64 aufgebaut das ist das die ich hab sogar nach scheiße was hast du sogar ich muss gar nicht dass ich alle buchstaben habe ich wollte das war schlecht oder kann das sein